Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, gut, sehr und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Ich hoffe, euch geht gut, ihr seid fresh, ihr seid ready. Ich bin heute nicht so fresh und nicht so ready. Wir haben 4.30 Uhr, ich habe jetzt schon ein paar Check-ins erledigt. Ich bin um 2 Uhr aufgewacht, habe nicht gut geschlafen, was soll man tun, prep live. Für diejenigen, die nicht wissen, welcher Tag gerade ist oder in der Phase wir uns gerade befinden, wir haben den 26. August. Ja, ihr seht, ich bin da schon einiges im Voraus unterwegs, wahrscheinlich, nehmt ihr das einfach mal an. Und will euch heute durch eine Podcast-Episode mitnehmen, der über ein Thema spricht, das mir am Herzen liegt. Und ein Thema, das von euch reihenweise gefragt wurde, und zwar das Thema Verdauung. Und da geht es mir vor allem um die praktische Anwendung. Eine praktische Anwendung, weil was hilft euch, wenn ihr jetzt irgendwie über Gut Microbiome redet, wo eh keiner richtig weiß, worauf es da ankommt und wie man langfristig das Ganze zum Positiven oder Negativen verändern kann. Ja, deswegen will ich einfach so ein bisschen eine praktische Applikation von Verdauungsverbessernden und Verdauungsverschlechternden Maßnahmen liefern und euch dahingehend ein bisschen einen Input geben. Ja, zuallererst mache ich mir allerdings mal eine Synergy auf. Ja, heute in winterlicher Manier, im Apfel-Zimt-Geschmack, worauf ich liebe es. Sehr, sehr gut. Also generell muss man einfach sagen, die Verdauung ist das schwächste Glied des Bodybuilders. Ja, und das merkt man vor allem, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die sehr stark pushen müssen, was Nahrungsvolumen bzw. dann in weiterer Folge halt die Kalorien anbelangt. Ja. Ja, das merkt man bei Leuten, die einfach auch schon ein gutes Maß an Muskelmasse haben. Ja. Weil wenn du deine Ernährung im Hinblick auf die Struktur, die Routinen und alles, was damit zusammenhängt, nicht im Griff hast. Ja. Und du deine Ernährung über den Tag nicht einigermaßen gut aufteilst. Ja. Dann fielst du dazu, dass du einfach deinen Körper so ein bisschen überlastest. Ja. Und deswegen sind genau diese Punkte wichtig, wo man eben schaut, was kann man tun, um die Verdauung im Allgemeinen zu verbessern. Was kann man für Maßnahmen treffen, für Entscheidungen treffen, um dahingehend noch positive Auswirkungen zu haben. Und deswegen will ich diese Podcast-Episode eigentlich machen und einfach dieses Thema ganz kurz anschneiden. Und für mich gibt es dazu allererst mal, und das steht ganz oben, das steht über allem. Ja. Diese Verdauungsbasics. Und ihr habt da tatsächlich auch so einen First-Pages-Guide, den alle meine KundInnen bekommen. Ja. Wo einfach diese vier großen Punkte drinnen stehen. Ja. Und da sprechen wir jetzt noch nicht über Nahrungsmittelauswahl oder irgend so einen Mist, sondern da sprechen wir jetzt einmal grundsätzlich über Verständnis von Essen. Was ich damit meine, ist, wenn du da den Körper anschaust, dann ist unser Verdauungstrakt direkt gekoppelt zu unserem Nervensystem. Ja. Mit dem Vagusnerv, also ein Vagusnerv ist der Hirnnerv, der die inneren Organe auch innerviert, etc. Ja. Will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Wie gesagt, mir geht es eher um die praktische Applikation jetzt. Nicht, dass ich euch irgendwie mit Theoriewissen lahmlege. Und deswegen wissen wir einfach, dass Stress im Sinne von Cortisol, etc. unweigerlich Auswirkungen auf unsere Verdauung hat. Und auf unsere Magen-Darm-Gesundheit und wie gut wir Essen in bestimmten Phasen verarbeiten können. Ja. Vielleicht kennt ihr das selbst und das habe ich schon bei vielen Kundinnen gehabt, ja. Ihr habt eine harte Trainingssession. Und in einer harten Trainingssession seid ihr in einem sehr, sehr sympathischen State. Das heißt, in einer harten Trainingssession ist es einfach so, logischerweise, deine Herzfrequenz ist erhöht, dein Blutdruck ist erhöht, deine Atemfrequenz ist erhöht. Und du bist einfach in einem sehr sympathischen Modus. Damit meine ich jetzt nicht, dass du sympathisch bist, ja. Du bist sehr, sehr sympathisch, ja. Bitte als Kommentar umschreiben, Hashtag Sympathie. Perfekt, dann hätten wir den Algorithmus-Kommentar auch schon heute. Aber es geht schlussendlich um Sympathikus und Parasympathikus. Also die zwei Gegenspieler im Sinne unseres autonomen Nervensystems. Und wenn du aus dem Training kommst und in einem sehr sympathischen State bist und dir vornimmst, gleich danach was zu essen, dann wird es wahrscheinlich damit enden, dass du das Essen nicht so gut verarbeiten kannst und nicht so gut verstoffwechseln kannst, wie wenn du zuerst kurz runterkommst, dir einmal ein paar Minuten hinsetzt, die duscht, dir eine schöne Dusche gönnst und einfach mal sattelst. Und das empfiehlt wirklich jedem und jeder da draußen, nehmt euch nach dem Training einfach ein paar Minuten Zeit, um runterzukommen. Also das ist schon der erste große praktische Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Und schreibt es euch wirklich mit, weil das ist super, super wichtig. Also einerseits, dass ihr niemals in einem körperlich gestressten State esst und da gehört die Post-Workout-Phase dazu. Also ihr seid trainingstechnisch einfach in einem Stressful Environment. Ihr seid einfach in einem Stressful Environment, wo, wie gesagt, Herzfrequenz erhöht ist, wo Blutdruck erhöht ist, etc. pp. Und dementsprechend ist es super wichtig, dass ihr zuerst in einem State kommt, wo ihr sagt, hey, ihr seid nicht mehr gestresst, Resting Heart Rate ist down to baseline, also der Blutdruck ist wieder runter und so weiter und so fort und ihr seid einfach entspannt. Weil dann könnt ihr euer Post-Workout-Meal und alles, was ihr macht in dem Zusammenhang stehend, viel besser verarbeiten und viel besser, wie gesagt, verdauen. Und das ist schon super, super, super wichtig. Also es ist essentiell. Also einfach schauen, dass das dahingehend ganz gut passt. Voll. Und deswegen, mir fragen die Leute immer, warum ihr Aspaganda nehmen direkt nach dem Training. Und das gehört für mich einfach so, also es macht jetzt vielleicht echt nicht viel aus, aber es gehört halt für mich so zur Cortisol Reduction dazu. Also nach dem Training einfach Cortisol reduzieren, schneller in diesen parasympathischen State reinkommen. Und deswegen, Aspaganda gibt es bei mir noch hier im Training. Teilweise auch Magnesium. Einfach, wie gesagt, alles, was in die Richtung geht, das Nervensystem dahingehend zu modulieren, in einen entspannteren State zu kommen, das nehme ich halt in Kauf. Für manche funktioniert es sogar CBD. Aber das sind nur so ein paar Inputs. Aber dieser erste große Punkt ist never eat in a stressed state und vor allem in kein körperlich gestressten State. Also wie gesagt, nehmt euch nach dem Training einfach ein paar Minuten Zeit. Es wird euch jetzt nicht der Katavole Teufel heimsuchen, wenn ihr nach dem Training irgendwie noch ein bisschen wartet, bevor ihr was esst. Ja, vielleicht sogar eine Stunde. Es kommt natürlich immer darauf an, okay, habt ihr jetzt ein Intra-Workout gehabt mit einer Proteinquelle und einer Carb-Quelle? Wie lang ist euer Pre-Workout her etc. pp. Aber da wären wir jetzt schon wieder zu sehr in der Ernährungsthematik. Aber wie gesagt, never eat in a stressed state. Und da möchte ich jetzt eigentlich gleich überleiten zu den psychischen Stressoren. Vielleicht habt ihr euch dabei selber schon mal ertappt. Einfach im Arbeitsalltag, stressiger Tag vielleicht. Ihr kommt nicht wirklich zum Essen. Und dann habt ihr da ein Meeting und da ein Meeting und da ein Meeting. Und ihr versucht es zwischendrin irgendwann mal an Mahlzeit reinzudrücken. Und eigentlich habt ihr schon voll den Hunger und ihr seid schon richtig im Starvation-Mode. Und dann müsst ihr euch aber hinsetzen und euch eure 700-Kalorien-Mahlzeit in zwei Minuten reinpfeifen. Ich kann euch ansagen, die Verdauung wird es euch nicht danken. Schau, wenn ihr in einem stressed state seid, dann habt ihr genau das gleiche wie beim Training, nur halt in einer anderen, in einer subjektiv anderen wahrgenommenen Art und Weise. Das heißt, ihr seid auch da in einem State, wo Resting Heart Rate erhöht ist, wo der Körper im Fight-or-Flight-Mode ist, im Alarm-Modus unter Anführungszeichen. Und wenn ihr in diesem Zustand esst, dann werdet ihr einerseits das Essen nicht wirklich genießen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ihr werdet wahrscheinlich, weil ihr so schnell esst, ihr werdet weniger satt. Ihr könnt das Essen nicht so verarbeiten, ihr könnt das Essen nicht so wahrnehmen, ihr könnt das Essen nicht so bewusst konsumieren. Und ihr könnt das Essen auch nicht so gut verdauen. Nicht so gut assimilaten. Assimilaten ist das englische Wort dafür, glaube ich. Um jetzt wieder mit Anglizismen zu kommen. Wie gesagt, wenn euch die Anglizismen anpissen, feel free to the abonnement, my channel. Perfekt. Gut, na, also das ist eigentlich das, was ich im Grunde genommen sagen wollte. Also wenn es jetzt um das Thema Verdauung geht, never eat in a stressed state, sowohl körperlich als auch psychisch oder mental. Es ist manchmal im Arbeitsalltag wirklich schwierig. Oder generell, wenn ihr einen Alltag habt, wo ihr viel unterwegs seid oder gestresst seid oder so, schaut, dass ihr euch eine gute Struktur in die Hand legt. Schaut, dass ihr euch eine Struktur in die Hand legt und dass ihr eventuell Alternativen vielleicht sogar parat habt, wo ihr sagen könnt, hey, im Notfall könnt ihr vielleicht da jetzt irgendwie ein Shake konsumieren oder da jetzt irgendwie während einem Meeting irgendwie was essen oder einfach schauen, dass ihr in einem entspannten State seid. Das ist dieses erste große Takeaway. Egal ob jetzt körperlich oder psychisch, schaut, dass ihr beim Essen einer Mahlzeit in einem sehr, sehr entspannten State seid. Wenn euch diese Episode gefällt, dann wird es mir übrigens freuen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwie einen Algorithmuskommentar auf YouTube da lässt. Also auch, wenn ihr jetzt bei Spotify oder Apple Podcasts hört, schaut ganz kurz auf YouTube vorbei, lasst einen Algorithmuskommentar da, sagt, woher ihr kommt, also ob ihr von Spotify oder Apple Podcasts kommt und das hilft dem Kanal und dem Podcast enorm. Und wenn ihr Lust habt, auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts da lassen. Das dauert auch nur drei Minuten oder so. Gut. Aber wie gesagt, never eat in a fucking stressed state. Gut. Und dann gehen wir eigentlich gleich über zum zweiten Punkt, den wirklich nicht viele umsetzen, wobei ich sagen muss, dass ich das jetzt auch nicht rigide nachverfolge, aber es ist trotzdem unfassbar wichtig. Und zwar geht es um die 5-10-15-20-Rule. Und da hast du im Grunde genommen nur, nimm vor jeder Mahlzeit fünf tiefe Atemzüge, zehn Sekunden Pause zwischen jedem Bissen und die Gabel halt zur Seite legen oder in den Löffel oder mit was auch immer ihr esst, mit Stäbchen, keine Ahnung. Jede Mahlzeit mindestens 15 Minuten, also nimmst du dir 15 Minuten Zeit und du kaust 20 Mal. Wie gesagt, mir geht es da jetzt, wenn ich euch das sage, diese 5-10-15-20-Regel, mir geht es da jetzt nicht darum, dass ihr das alles super fucking rigide umsetzt. Geht es mir jetzt, das ist sowieso, ihr werdet nicht da sitzen und anfangen eure Kaubewegungen zu zählen. Mir geht es da einfach darum, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie schnell oder langsam ihr esst, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie viel Zeit ihr euch nehmt für euer Essen und dass ihr das Ganze einfach wahrnehmt. Dass ihr das Ganze einfach wahrnehmt und dass ihr euch damit auseinandersetzt. Und das Ganze geht eh einher mit dem ersten Punkt. Das Ganze geht eh einher mit dem ersten Punkt Never Eat In A Stress State, weil wenn ihr vor jeder Mahlzeit fünf Sekunden, also fünf tiefe Atemzüge nehmt, wenn ihr euch zehn Sekunden Pause gehnst, wenn ihr euch 15 Minuten Zeit nehmt, wenn ihr 20 Mal kaut, dann seid ihr automatisch in einem Non-Stress State, in einem Non-Stressful Environment. Und das ist einfach wichtig, dass ihr in diesem Environment seid und dass ihr sagen könnt, hey, ich komme runter zum Essen und ich kann mein Essen genießen. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Also schaut einfach, dass ihr jede Mahlzeit bewusst wahrnehmt, bewusst genießt. Der dritte große Punkt ist Stay Active. Die Aktivität hat nämlich einen unfassbar großen Einfluss darauf, wie deine Nahrung verarbeitet wird. Jetzt haben wir natürlich eine Bewegung vom Essen durch unseren Gastrointestinaltrakt, durch unseren Magen-Darm-Trakt. Und diese Bewegung kann logischerweise unterstützt werden durch Bewegungen von deinem Körper. Wenn du jetzt den ganzen Tag nur im Büro sitzt und wirklich den ganzen Tag nur sitzt, ich rede jetzt davon, dass jemand wirklich sedentary ist, wirklich 3000 bis 5000 Steps macht und dann logischerweise, wie gesagt, einfach isst den ganzen Tag. Wahrscheinlich wird die Verdauung von dieser Person nicht so gut funktionieren, wie von einer Person, die relativ aktiv ist, die vielleicht nach dem Essen auch mal rausgehen kann, die vielleicht zwischen den Mahlzeiten ab und zu sich die Beine vertreten kann. Und da würdet ihr einfach wirklich schauen, dass ihr proaktiv dahinter seid und einfach diese Chance nutzt, also die Chance, dass ihr einfach die positiven Auswirkungen von Bewegungen oder von Bewegungen in eurem Alltag nutzt, um eurer Verdauung was Gutes zu tun und somit auch dann aktiveren Alltag habt. Ich weiß, es ist manchmal besser umsetzbar und manchmal schlechter umsetzbar, aber ich will euch nur mitgeben, dass es einen wesentlichen Einfluss auf das Maß hat, wie gut ihr eure Nahrung verdaut. Und das muss man einfach honorieren und das muss man einfach wissen. Das heißt, wenn ihr eurer Verdauung was Gutes tun wollt, schaut, dass ihr ab und zu in Bewegung bleibt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr einmal am Tag an 10.000 Schritte Marathon gehen müsst, um zu sagen, hey, meine Verdauung funktioniert besser. Das kann damit anfangen, dass ihr sagt, hey, ihr habt in der Mittagspause, wo ihr beispielsweise eine Stunde Pause habt, ihr geht jetzt mit euren Kollegen was essen, dann setzt euch dorthin, esst eure 15, 20 Minuten was, bleibt es noch 5 Minuten sitzen, dann geht es eine Runde spazieren und da meine ich einfach nur 10 Minuten, 10 Minuten, einfach nur 10 Minuten die Beine vertreten gehen. Und das hat wesentlichen Einfluss darauf, wie ihr eure Nahrung einfach verdaut. Und da einfach schauen, wie gesagt, häufige Bewegungen, frequentere Bewegungen und in eurem Alltag integrierbare Bewegungen. Es reicht auch, wenn ihr vielleicht ein bisschen im Büro herumgehen könnt. Ich spreche dauernd irgendwie von einem Bürojob, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein gängiges Szenario und deswegen spreche ich das einfach ganz gerne an. Gut. Letzter großer Punkt ist dann noch don't eat all the time. Und da geht es jetzt um die Mahlzeitenfrequenz. Wir werden jetzt, ich will da jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, also schon, ich will da jetzt schon sehr genau darauf eingehen, aber ich würde gerne noch einen zweiten Teil machen, wo wir noch über Nahrungsmittelauswahl etc. pp. sprechen. Aber deine Mahlzeitenfrequenz hat einfach einen großen Impact darauf, wie du bestimmte Dinge verdaust. Jetzt mal angenommen, du hast um 8 Uhr dein Frühstück und dein Frühstück hat 700, 800 Kalorien. Setzt sich vielleicht auch noch aus einer Nahrungsmittelauswahl zusammen, die viele Ballaststoffe hat, die langsam verdaulich ist etc. pp. Damit du halt lang satt bist. Jetzt ist es aber so, du isst dann um, also du isst dann zwei Stunden später wieder. Und dann gibt es irgendwie ja Donuts in deiner Firma oder es gibt irgendwie eine Chips, die irgendwie bei einem Meeting auf dem Tisch herumstehen und du snackst immer was zwischendurch und der Körper kriegt gar keine Pause von Nahrung. Der Körper kriegt gar keine Pause. Das heißt, es ist eigentlich ständig so, dass dein Gastrointestinaltrakt belastet wird mit Nahrung. Jetzt nicht belastet im negativen, weißt du schon, im negativen Sinne, weil es ist overall dann schon ein großer Load an Food einfach. und vor allem ein Hochfrequencer Load an Food und da einfach zu schauen, dass man zwischen den Mahlzeiten einfach ein bisschen Zeit hat, um den Körper Pause zu gönnen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Deswegen schaue ich eigentlich immer, dass mindestens zwei Stunden zwischen den Mahlzeiten mindestens zwei und dass sie den Leuten, mit denen ich jetzt beispielsweise auch zusammenarbeite, dass sie denen das Snacken abgewöhnen. Also dieses kleine Zwischendurchessen, weil das macht den Hunger, das Sättigungsgefühl und die Struktur im Alltag nicht unbedingt besser. Es führt schlussendlich alles auf dieses eine und gleiche Thema zurück. Nämlich eine anständige Struktur und anständige Routinen im Alltag. Und da möchte ich einfach, dass ihr da anknüpft und euch ein System zurechtlegt, wo ihr sagt, hey, damit kommen wir super zurecht. Also vierter und letzter große Punkt Don't Eat All The Time. Also, erster Punkt Never Eat in a Stressed State. Zweiter Punkt die 5, 10, 15, 20 Rule. Der dritte große Punkt Stay Active. Und der vierte große Punkt Don't Eat All The Time. Schreibt euch diese vier Punkte auf, versucht es jetzt einmal die nächste Woche umzusetzen und schaut einmal, wie eure Verdauung darauf reagiert. Einfach nur durch das Umsetzen von dieser Punkt. Da waren wir jetzt noch nicht bei Ballaststoffen, nicht bei Nahrungsmitteln, Aushalt etc. pp. Sondern einfach nur bei diesen vier Punkten. Und über die anderen vier, es sind mehr als vier, keine Ahnung, I don't know, über die anderen Punkte sprechen wir das nächste Mal. In diesem Sinne freut es mich, dass ihr mit dabei warst. Wie gesagt, bitte Algorithmus, Kommentar, bitte 5 Sterne Bewertung auf und es würde mich unheimlich freuen. Und sonst wünsche ich euch ein wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gebt Gas, bei wie jetzt eure Träume greift es noch den Sternen. Wir sehen uns demnächst. Peace und good day. Eingrene 急 go 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 Vielen Dank.